Dass die 25-Jährige überhaupt wieder auf Tour geht, gleicht einem Wunder. Bei ihrem Konzert in Manchester kam es 2017 zu einem schrecklichen Terroranschlag. Man glaubt, dass es mit der Zeit einfacher wird, darüber zu sprechen. Oder dass man damit seinen Frieden macht. Aber ich warte jeden Tag auf diesen Frieden und es ist noch immer sehr schmerzvoll, sagte sie später. Page 2 – Dass die 25-Jährige überhaupt wieder auf Tour geht, gleicht einem Wunder. Bei ihrem Konzert in Manchester kam es 2017 zu einem schrecklichen Terroranschlag. Man glaubt, dass es mit der Zeit einfacher wird, darüber zu sprechen. Oder dass man damit seinen Frieden macht. Aber ich warte jeden Tag auf diesen Frieden und es ist noch immer sehr schmerzvoll, sagte sie später. Page 3 – Dass die 25-Jährige überhaupt wieder auf Tour geht, gleicht einem Wunder. Bei ihrem Konzert in Manchester kam es 2017 zu einem schrecklichen Terroranschlag. Man glaubt, dass es mit der Zeit einfacher wird, darüber zu sprechen. Oder dass man damit seinen Frieden macht. Aber ich warte jeden Tag auf diesen Frieden und es ist noch immer sehr schmerzvoll.